Gewohnt gut. Mit diesem Qualitätssiegel ist die Wobag Schwedt für das Augustinator ausgezeichnet worden. Bedarfsgerecht und hochwertig ausgestattet ist das Wohn- und Geschäftshaus mit historischem Bezug ein energetischer Vorreiter mit zukunftsfähigen Technologien wie Glasfaser der Stadtwerke Schwedt. Das Augustinator entstand im Rahmen der Schwedter Stadt Umbaustrategie 2030 Plus mit einem Investitionsvolumen von 15 Millionen Euro und bietet 57 barrierefreie Wohnungen sowie zwei Gewerbeeinheiten. Die Wobag Schwedt erhielt die Auszeichnung bereits zum vierten Mal vom BBU dem Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen.